Gute Arbeit, Schattenstaffel. Sauber hingekriegt, der Socker. Schadens bricht. Wir haben beide Hauptwaffen verloren. Und der Hyperantrieb wurde zerstört. Und wirklich? General, es werden drei republikanische Kriegsschiffe angezeigt, die ins System einfliegen. Erneken, kannst du mich hören? Klar und deutlich. Meine Glückwünsche. Anscheinend war die Mission ein Erfolg. Nur zum Teil, Grievous ist noch am Leben. Das Gefecht hat meine Männer ganz schön mitgenommen. Wir fliegen jetzt die Lazarettstation an. Wir übernehmen alles Weitere. Aber keine Sorge, wir melden uns, wenn wir Hilfe brauchen. Ich werde zur Stelle sein und fahren. Na schön, beenden wir, was Erneken begonnen hat. Volle Kraft voraus. Wir ziehen uns zurück. Kurs auf einen Stützpunkt der Separatisten. Gute Arbeit, Meister Skywalker. Eure Führungsqualitäten sind äußerst beeindruckend. Ihr habt euch auch nicht schlecht geschlagen. Äh, Entschuldigung bitte. Aber ich dachte, es war meine Idee, den Plan zu ändern. Da ist was Wahres dran, Snips. Von einem gewissen Standpunkt aus. Sorgen Sie dafür, dass die Schiffe bereit sind. Es wird nicht lange dauern, bis Obi-Wan unsere Hilfe braucht. Ja, Sir. General Skywalker, ich möchte euch für euren tapferen Einsatz meinen Dank aussprechen. Unterschätzt nicht, wie viele Leben ihr gerettet habt. Das tue ich nicht. Aber ich unterschätze auch nicht, wie viele Leben ich verloren habe. Ich verstehe. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss den nächsten Einsatz vorbereiten. Euer Meister ist ein höchst eigenwilliger Jedi. So jemand gibt's nur einmal. Deine Eracht